Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüßen wir Sie aus Prora, aus dem Strandresort Prora. Wir befinden uns im zweiten Obergeschoss in der Wohnung 201 und ich würde Sie einmal gerne reinbitten. Ich möchte Ihnen als erstes direkt rechts, wenn Sie reinkommen, das Badezimmer zeigen. Mit eigener Dusche, WC, Waschbecken und ein kleines Highlight einer Infrarot-Kabine. Alles was man braucht und noch viel mehr. Nun begleiten Sie mich bitte in das Schlafzimmer des Apartments. Dieses ist für zwei Personen buchbar, 55 Quadratmeter groß. Hier im Schlafzimmer haben Sie ein schönes, großes und gemütliches Boxspringbett. Bettwäsche können Sie wie immer bei den Buchungen bei uns dazu buchen. Einfach kurz Bescheid sagen, dann sind die Betten auch schon bezogen. Morgens direkt der tolle Ausblick auf die Ostsee. Dazu aber gleich noch mehr. Das Schlafzimmer verfügt über einen eigenen Fernseher und natürlich auch einen Kleiderspruch. So, Sie haben es gerade beim Vorbeigehen vielleicht schon gesehen. Der Wohn- und Essbereich. Hier am Esstisch kann man schön zusammen sitzen oder auch mal ein Kartenspiel spielen. Ich möchte Ihnen nur die Küche zeigen. Hier gibt es wieder alles was Sie so brauchen, damit Sie sich wie zu Hause fühlen. Und während Ehemann oder Ehefrau etwas vorbereitet, kann der andere Partner, die Partnerin, ihre Serie gemütlich auf der großen Couch vorm Fernseher genießen. Ein Tipp an den Partner, dabei bitte nicht stören. Und was mir sehr gut gefällt, ist der kleine Zusatz hier. Dann können wir abends nach dem Strandbesuch, nämlich zusammen im Barbereich, ein Schnäppchen trinken. Prost! So, ich sprach ja schon von der Ostsee und möchte Ihnen nun den Ausblick dieses Apartments zeigen. Vorab noch die Information in den Monaten Mai bis September ist ein Strandkorb inklusiver. Der befindet sich direkt hier vorne am Strand. Und mit diesen Worten möchte ich mich heute verabschieden. Sagt bis nächste Woche. Aber bleiben Sie dran und genießen Sie noch den Ausblick. Genau. Ciao.